Guten Abend, Tag zusammen zur 10. Folge von Bei Euch, dem Videojournal der katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie. Ich bin bei Euch alle Tage bis zum Ende der Welt, verspricht der Auferstandene den Seinen am Ende des Matthäusevangeliums, Kapitel 28, Vers 20. Es ist der letzte Satz im Matthäusevangelium, den der Auferstandene dort spricht. Das ist die Verheißung, dass Gott uns nicht alleine lässt. Er ist der Ich-Bin-Da, auch in den Krisen des Lebens. Nein, gerade in den Krisen des Lebens erweist er sich als der Ich-Bin-Da. Und viele, viele überlegen sich immer wieder, wie kann man Christus berührbar machen? Das ist die große Frage, die uns auch in den Zeiten, wenn keine Krise herrscht, in der Kirche umtreibt. Wie kann man die Menschen zu Jesus führen? Wie kann man Christus berührbar machen? Als Neutestamentler, der ich nur halt durch meine Promotion auch bin, bin ich da immer schon skeptisch gewesen, weil der Auferstandene selbst schon unberührbar ist. Berühmt die Szene mit Maria Magdalena im Johannes-Evangelium, die ihn an der Stimme erkennt, offenkundig zu ihm gehen möchte, sich dann aber vom Auferstandenen sagen lassen muss, rühre mich nicht an. Ähnlich auch, Thomas, genannt der Zweifler, einer der Zwölf, der seinen Finger in die Wunden legen möchte, weil er sonst nicht glauben kann. Zum Schluss aber heißt es, obwohl er die Chance gehabt hätte, zum Schluss aber sagt der Auferstandene ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Also hat er auch nicht berührt. Kann man Christus also gar nicht berührbar machen? Doch, man kann, indem wir, die wir Christus nachfolgen, egal ob geweiht oder ungeweiht, die Getauften und Gefirmten, indem wir uns berührbar machen, in Kontakt bleiben zu den Menschen, den Menschen aufsuchen, die Menschen aufsuchen und indem wir berührbar bleiben. Denn Christus kommt durch uns in diese Welt hinein, in seinem Geist, den wir in uns tragen. Darüber haben wir in einer der letzten Folgen hier bei euch gesprochen. Das heißt also, es ist unsere Aufgabe, berührbar zu bleiben. Und das geschieht an vielen, vielen Orten mittlerweile, seit anderthalb Wochen innerhalb der Kirche. Viele Seelsorgerinnen und Seelsorger sind da in ganz unterschiedlicher Weise auf dem Weg. Von einigen Initiativen werden wir hier heute in dieser Folge auch hören. Auch da, wo die Hilfe von Seelsorgerinnen und Seelsorgern gefragt ist. Wir machen das hier seitens der katholischen Citykirche Wuppertal. Wir haben ja keine Gemeinde im eigentlichen Sinn, sondern unser Auftrag ist ja, Christus quasi zu den Fernstehenden oder die man als solche bezeichnet, zu bringen, die also nicht im strengeren Sinn zu der Kerngemeinde gehören. Das ist unser Auftrag. Normalerweise tun wir das eben, indem wir auf die Straßen und Plätze unserer Stadt, speziell jetzt hier in Wuppertal gehen, in die Kaffeehäuser, in die Kinos hinein. Wir suchen die Orte auf, wo die Menschen sind. Das ist in den Zeiten dieser Krise so ohne weiteres nicht mehr möglich. Man soll ja physisch auf Distanz bleiben. Trotzdem suchen wir weiterhin die metaphysische, die soziale Nähe zu Ihnen und Euch. Und wir versuchen uns nicht nur durch dieses Videojournal und den dazugehörenden Audio-Podcast diesen Kontakt zu Euch aufrecht zu erhalten, sondern wir sind weiterhin für Euch ansprechbar unter der Rufnummer 0242 969 675 0202 42 969 675 oder per Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Beide Kontaktmöglichkeiten packe ich später in die Shownotes. Da könnt ihr diese Gelegenheit nutzen. Sie wird auch immer häufiger genutzt. Ihr könnt also gerne davon Gebrauch machen, wenn ihr Gesprächsbedarf habt. Rat und Tat sucht, Seelsorge sucht, einfach nur jemanden mal zum Quatschen. Oder wenn ihr eine Anregung für ein Thema habt, was ich hier bei Euch aufgreifen soll. Ihre Kontaktmöglichkeiten stehen dort Euch also zur Verfügung. Wir haben dazugehörend auch eine Homepage, die heißt www.kck42.de Auch die findet ihr in den Shownotes, da findet ihr alle Kontaktdaten, jeweils die letzte Folge, aber auch den Link zu den bereits vergangenen neuen Folgen, die wir hier versendet haben. Was gibt es heute für gute News? Ich fange mal einfach damit an. Was für ein prächtiger, schöner Frühlingstag. Das Wetter ist klasse. Man hört die Vögel singen, was man sonst in einer Großstadt wie Wuppertal auch so ohne weiteres nicht hört. Das hängt natürlich damit zusammen, dass der Verkehrslärm etwas zurückgeht. Je mehr man heranschreitet, es sind ja mittlerweile nur ein paar Tage, merkt man, die Natur blüht auf, die Bäume schlagen aus. Was für ein prächtiger, schöner Tag, der einem einfach auch Mut macht. Das Leben geht nicht nur weiter, nein, die Natur blüht auf und auch wir werden aus dieser Krise aufblühend hervorgehen. Wie kommt man zu einer solchen Aussage, wo wir doch nach Auskunft der Fachleute, etwa auch Professor Droste sagt es ja, es ist eigentlich noch die Ruhe vor dem Sturm, wir stehen ganz am Anfang. Wie kommt man dazu? Weil die Lebenserfahrung das sagt, dass nach Krisen immer auch ein Aufblühen kommt. Auch wenn wir in das Tal hinabsteigen müssen, werden wir aus diesem Tal auch wieder heraufsteigen. Es gibt aber jetzt schon einen guten Hinweis, den hat Professor Droste heute auch entsprechend verkündet. Denn wenn man sich die ganz aktuellen Zahlen anschaut, das sind die Zahlen von heute, und ich entnehme sie einer Grafik, die in der Zeitung Die Welt veröffentlicht worden ist. Ich blende sie mal ein. Da können Sie, da könnt ihr die Zahlen sehen. Dann sieht man natürlich, dass die Zahl der Infizierten im Vergleich zu den vorigen Tagen immer noch ansteigt. Mittlerweile haben wir aber 3.547 Personen hier in Deutschland, die mittlerweile geheilt sind. Gestorben sind 207. Das sind 207 Personen zu viel, die ihr Leben wegen Covid-19 verloren haben. Weltweit haben wir 463.747 bestätigte Covid-19 Fälle. Davon geheilt sind mittlerweile 114.810, also gut ein Viertel. Gestorben sind weltweit 21.100. Jetzt wird es interessant. Wenn man die Weltzahlen in ein Verhältnis zueinander setzt und das Ganze mal für Deutschland durchspielt, dann kann man sehen, dass die Rate, die Sterberate in Deutschland nur ein Zehntel von der beträgt, die weltweit gilt. Das wirft Fragen auf. Sind wir in Deutschland tatsächlich besser versorgt? Oder ist der Virus nicht mehr so tödlich? Oder was können wir für Schlüsse aus diesem zahlenmäßigen Befund ziehen? Prof. Droste hat heute in einer Erklärung dazu Stellung bezogen und macht darauf aufmerksam, dass diese Zahlen unter anderem darauf hinweisen, dass es wahrscheinlich eine hohe Dunkelziffer weltweit von Infektionen mit SARS-CoV-2 gibt, die nicht erfasst werden. Hier in Deutschland werden die Tests allerdings etwas breiter ausgestreut, sodass die Dunkelziffer von nicht entdeckten Infizierungen hier in Deutschland möglicherweise niedriger ist. Das bedeutet aber auf das Gesamt gesehen, dass die Rate der Sterbefälle im Vergleich zu den Infektionen wahrscheinlich insgesamt wesentlich niedriger ist, als man es bisher angenommen hat. Es ist immer noch zu hoch. Man kann immer noch keine Entwarnung geben. Und ja, gerade ältere Menschen, die zu Risikogruppen gehören, sind in besonderer Weise davon betroffen, gerade wenn dann eine Lungenentzündung mit dabei kommt. Deswegen muss alles getan werden, dass wir dieser Seuche Herr werden, dass wir diese Seuche eindämmen. Man kann also in diesem Sinne keine Entwarnung geben. Aber es sind doch gute News, dass auch dieser Virus offenkundig insgesamt gesehen, zumindest scheint es so auszusehen, man muss das mit aller Vorsicht sagen, Prognosen sind da sehr, sehr schwierig zu treffen, dass insgesamt die Sterberate von SARS-CoV-2, wie er mittlerweile ausgedrückt wird, der Virus wahrscheinlich niedriger sein wird, als man es ursprünglich angenommen hat. Man muss die Sache hier auch in Deutschland noch beobachten. Aber Professor Droste macht darauf aufmerksam, dass die relativ niedrige Sterberate hier in Deutschland eben offenkundig tatsächlich auf breit gestreutere Tests ist. Wobei breit gestreut eben nicht heißt, jeder kann diesen Test einfach mal so machen, sondern man ist auch da ressourcenschonend entsprechend mit umgehen. Man kann diesen Test letzten Endes nur bekommen, wenn man entsprechende Symptome hat. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es sich da um eine SARS-CoV-2-Infektion handelt, tatsächlich hoch ist, weil man in Kontakt mit jemandem war, der aus einem Risikogebiet gekommen ist oder bestätigtermaßen selbst infizierter war. Aber trotzdem eine Zahl, die Hoffnung macht, wobei auch die 207 Todesfälle hier in Deutschland 207 Fälle zu viel sind. Wir müssen also alles daran tun, weiterhin diesen Virus einzudämmen und die Kurve abzufachen. Hilft also mit bei Flatten the Curve. Macht die Kurve flach. Dann gibt es heute ein schönes Erlebnis, das ich persönlich hatte bei den Streifzügen, die man in diesen Tagen halt in den Städten macht. Ich hatte heute eine Begegnung in einem Discounter mit einer Verkäuferin. Auch ein Pastoralreferent braucht ab und zu mal Klopapier. Es ist zwar noch genügend hier im Haushalt da, da muss sich keiner Sorgen machen, aber man muss ja auch an morgen denken. Und da fällt mir schon auf, was für Hamsterkäufe bei den Menschen bewirken. Gestern wurde ja, nein, heute wurde gemeldet, dass in Düsseldorf offenkundig eine Frau verhaftet worden ist, weil sie fünf Packungen Klopapier kaufen wollte. Aber nur eine, das steht mittlerweile in jedem Laden, dass man nur eine Packung pro Person entsprechend mitnehmen darf, nur eine hätte kaufen dürfen. Sie hat sich dann aus Protest aufs Einkaufsband gesetzt. Sie ist die Polizei gerufen worden, 54 Jahre alt ist sie, dann hat sie sich offenkundig wie ein kleines, trotziges Kind in der Quengelzone auf den Boden geworfen, wurde von der Polizei in Handschellen abgeführt. Sie hat also kein Klopapier bekommen und zudem noch eine Anzeige am Hals. Da sagt man sich doch wirklich, Leute, Contenance, wer hat euch groß erzogen? Wie ist da eure Kinderstube gewesen? Was ist mit euch los? Wenn wir uns mal die Zahlen anschauen, wie das mit den Hamsterkäufen ist, auch da habe ich heute eine bemerkenswerte, interessante Grafik zu gefunden. Die blende ich euch jetzt mal ein. Diese Grafik zeigt den Absatz im Einzelhandel in den letzten Wochen und Monaten. Und da kann man sehr schön jetzt sehen, die ist aufgespittet nach Desinfektionsmitteln, nach Seife, nach Toilettenpapier, nach Mehl und der Referenzwert, ganz interessant, ist Bier. Die Bierkurve bleibt nahezu gleich. Die Leute haben in dieser Krise offenkundig nicht mehr Durst nach Bier. Und wenn man in einen Getränkehandel geht, dann bekommt man da alles. Die Getränkehandel sind voll. Offenkundig denkt keiner daran, Wasser zu horten oder andere Getränke oder was weiß ich was. Da bekommt man alles. Die Lieferketten funktionieren. Anders sieht es aber bei Desinfektionsmitteln aus. Da kann man sehen, dass es da diesen Peak vor etwa zwei, drei Wochen gegeben hat. Und jetzt geht die Kurve steil nach unten. Und zwar nicht, weil die Leute plötzlich sich alle mit Desinfektionsmitteln versorgt hätten, sondern weil man keine Desinfektionsmittel mehr bekommt. Man kann also nichts kaufen, weil nichts mehr da ist. Deswegen geht die Kurve da so steil nach unten. Bei Seife und Toilettenpapier sieht man aber, dass die Kurve weiterhin steil nach oben geht. Immer dann, wenn eine Lieferung eintrifft, kann man merken, dass die Leute das quasi aus dem Lieferwagen herausreißen. Auch da kann ich hier aus Wuppertal berichten. Da geht es allerdings um eine Nudellieferung, dass die unter Sicherheitsmaßnahmen ausgeladen werden musste, wo also drei, vier Mitarbeiter eines Discounters hier am Ort diesen Lieferwagen sichern mussten. Da sagt man sich, Leute, 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 haltet einfach mal Respekt miteinander, lernt endlich menschenfreundlich miteinander umzugehen. Eigentlich ist genug für alle da, denn man kann ja auch sehen, dass der Seifenabsatz in gleichem Maße steigt, wie der Desinfektionsmittelabsatz nach unten geht. Offenkundig haben die Leute früher gedacht, das reicht sich ein bisschen Desinfektionsmittel auf die Hand zu sprühen, dann ist schon gut. Jetzt ist keins mehr da. Jetzt lernen die Leute also, Hände zu waschen. Ähnlich ist es bei Mehl. Da haben wir so eine Zickzack-Kurve, weil es Mehllieferungen zwischendurch immer wieder mal gibt. Dann rennen die Leute hin, kaufen kiloweise Mehl. Man weiß nicht, was die Leute mit diesen ganzen Mehlvorräten machen wollen. Da haben wir diese Situation der Hamsterkäufe. Das Problem bei diesen Hamsterkäufen ist, dass sie einem quasi irrationalen Verhalten unterliegen. Denn wenn wir uns so weiter versorgen würden, wie wir es sonst normalerweise tun, und dafür spricht einiges, dass man das so hätte tun sollen, denn ich habe das schon in einer der letzten Folgen erzählt, dass ich mit einem Lieferwagenfahrer, der gerade entsprechende Hygieneartikel anlieferte, in einem Drogeriemarkt hier in Wuppertal gesprochen, der sagte, die Lager sind voll. Man kommt nur nicht nach, die leeren Regale wieder voll zu räumen, weil sein Auto ja immer wieder zurück zum Lager fahren muss, nur eine begrenzte Liefermenge hat und die jetzt hinbringen muss. Und wenn jetzt eine Person kommt und den Bedarf von 20 Personen kauft, obwohl in einem solchen Regal Material für 40 Personen läge, dann können sich nur zwei Leute da versorgen, wo sonst 40 Personen sich versorgt hätten, wenn man das mit den Hamsterkäufen so macht. Und dann kommt man nicht nach. Dann kommt die dritte Person, sieht, Regal ist leer, bekommt Panik, rennt rum, kauft das nächste Regal leer. Wir haben also dann vielleicht insgesamt fünf Personen, die sich mit Material besorgt hätten, was sonst für 200 gereicht hätte. Das ist das Drama an den Hamsterkäufen. Wir schaffen uns selbst einen Flaschenhals und dann gibt es diese psychologische Panikreaktion. Es ist nichts mehr für mich da. Liebe Leute, versucht einfach so nüchtern und normal weiterzuleben wie bisher. Kauft euch wöchentlich euer Päckchen Klopapier, wenn es da ist und lasst das andere für die andere da. Nächste Woche ist das Regal wieder voll. Wir sind nicht im Krieg. Hamsterkäufe macht man, wenn hier die Bomber drüber fliegen und unsere Infrastruktur kaputt schießen. Die Straßen funktionieren aber, die Schienen auch. Die Schiffe können über den Rhein und sonst wo herfahren und können weiterhin die Lieferketten aufrechterhalten. Unsere Infrastruktur steht. Wenn wir jetzt nicht die Regale leer räumen und da einen künstlichen, psychologisch bedingten, völlig irrationalen Flaschenhals schaffen, dann ist genug für alle da. Oder um es einmal mit den Worten aus dem Matthäus-Evangelium zu sagen, jeder Tag hat seine eigene Sorge. Und da möchte ich einen Abschnitt vorlesen aus dem Matthäus-Evangelium, dem sechsten Kapitel, die Verse 19 bis 34. Da heißt es, Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte und Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Die Leuchte des Leibes ist das Auge. Wenn dein Auge gesund ist, dann wird dein ganzer Leib hell sein. Wenn aber dein Auge krank ist, dann wird dein Leib finster sein. Wenn nun das Licht dir Finsternis ist, wie groß muss dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird weder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Kleidung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer Vater im Himmel ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Spanne verlängern? Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien des Feldes, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomon war in all seiner Pracht nicht so gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn nach all dem Streben die Heiden eurer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Sucht aber zuerst das Reich und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazugegeben. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Plage. Soweit die Worte aus der Bergpredigt aus dem Matthäus-Evangelium. Ein Text, den man natürlich wieder mal vorwerfen kann, wie naiv muss man denn eigentlich sein? Wenn man nichts tut, dann wird auch nichts reinkommen. Der liebe Gott wirft das Essen ja schließlich nicht vom Himmel. Darum geht es auch nicht. Es geht darum, Maß zu halten. Das tägliche Brot zu backen. Das ist ja eine Bitte, die wir auch aus dem Vaterunser kennen. Bei Matthäus heißt sie, unser Brot, das wir brauchen, gib uns heute. Im Lukas-Evangelium unser tägliches Brot, das wir brauchen, gib uns. Das ist eine kleine Variante da im Vaterunser zwischen Lukas und Matthäus, die man sich aus den unterschiedlichen Zielgruppen erklären kann. Lukas schreibt eher für hellenistisch denkende Menschen, die ein anderes Zeitverständnis haben, deshalb täglich. Matthäus schreibt eher für Judenchristen, die ein jüdisches Zeitverständnis haben, deshalb heute. Vielleicht komme ich in einer der nächsten Folgen mal etwas ausführlicher darauf zu sprechen. Was aber interessant ist, dass im Vaterunser nicht um irgendetwas gebeten wird, sondern um Brot. Und Brot fällt nun mal nicht vom Himmel. Brot, das entsteht durch Zusammenwirken zwischen göttlicher Gabe und menschlicher Arbeit. Es ist das Brot, das gegeben wird, weil Gott selbst den Weizen schenkt, die Frucht der Erde, wie es in einem Begleitgebet in der Eucharistiefeier heißt, für das man Gott dankt. Aber dann die menschliche Arbeit hinzukommt, und das geht auch in diesem Begleitgebet gesagt. Göttliche Frucht, göttliche Gabe und menschliche Arbeit kommen zusammen und müssen zusammenkommen, damit Brot entsteht. Und das prägt das Vaterunser. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, göttliches und menschliches. Und das spielt dann auch bei der berühmt-berüchtigten sechsten Vaterunserbitte und führe uns nicht in Versuchung eine wesentliche Rolle. Denn die Versuchung ist ja gerade, Gott zu versuchen, sich als Mensch zurückzuziehen und zu sagen, lieber Gott, jetzt gib mir einfach, mach du mal, wirk mal Wunder, du bist doch da, du bist allmächtig, du kannst alle Probleme lösen. Gut, es ist nicht verkehrt, wenn manche an dieser Stelle beten wollen und führe uns in der Versuchung. Aber dann betet man nicht mehr das Gebet, das Jesus gebetet hat. Er hat sich was dabei gedacht. Er will uns nämlich darauf aufmerksam machen, dass wir Menschen, dass unsere dazu beitun müssen. Gott wirkt durch uns in dieser Welt. Göttliche Gabe, menschliches Handeln kommen zusammen. Und wenn wir darum bitten, führe uns nicht in Versuchung, dann ist damit genau jene Versuchung gemeint, alles einfach Gott in die Schuhe zu schieben und zu sagen, mach du mal. Wenn hier Jesus in diesem Text sagt, Gott gibt euch doch alles, er hat euch das Notwendige gegeben und er hält seine Schöpfung doch am Leben, er ist doch da und jetzt geht ihr hin und arbeitet damit, aber bitte Tag für Tag. Jeder Tag hat seine eigene Sorge. Und das ist das, was wir lernen müssen. Wenn wir hamstern, denken wir für morgen und für übermorgen und für überübermorgen und es bleibt gar nicht mehr genügend für andere da. Wenn wir für den täglichen Bedarf das, was wir brauchen, Epiusion heißt es dort im Vaterunser, das, was wir für den täglichen Bedarf brauchen, kaufen, dann wird genug für alle da sein und morgen und übermorgen gehen wir wieder kaufen, dann werden die Regale wieder voll sein. Also, lasst diesen Quatsch mit den Hamsterkäufen. Das ist vielleicht eine Maßnahme, wenn Krieg ist, aber selbst dann wird alles rationiert werden. Wir sind nicht im Krieg. Wir setzen uns mit einer Menschheitsaufgabe auseinander, diesen Virus in den Griff zu bekommen, aber unsere Infrastruktur steht. Und das ist das Allerentscheidende. Jetzt schafft ihr nicht eine Situation, die kriegerische Zustände hat, indem ihr die Kontonanz verliert, den Respekt voreinander und den ihr nur an euch selbst denkt. Da, an dieser Stelle, ist mir aber genau etwas begegnet. Und heute in einem Discounter, ich erwähnte es vorhin, Klopapier war dann doch alle. Ich bin dann aus dem Laden heraus und heute gab es eine Neuigkeit, eine Besonderheit. Man konnte nicht ohne Einkaufswagen in den Laden gehen. Warum? Weil diese Einkaufswagen natürlich als natürlicher Abstandhalter funktionieren. Geniale Idee. Problem ist, wenn man jetzt nichts einkauft, kommt man so ohne weiteres nicht raus. Also habe ich eine Verkäuferin gefragt und habe gesagt, ich habe hier einen leeren Einkaufswagen, ich würde gerne raus, können Sie mich rauslassen? Dann hat sie mir freundlicherweise an der Kasse, einer der leeren Kassen, die Tür geöffnet und fragte mich hinausgehen dann aber, was wollten Sie denn kaufen? Dann habe ich gesagt, ja raten Sie mal, ich bin natürlich hier, weil ich Klopapier kaufen wollte. Und dann lächelte sie mich an und sagte, da habe ich was für Sie. Warten Sie mal hier, ich gehe mal eben aufs Lager. Und dann kamen sie wieder mit einer Maxi-Packung Küchenrolle. Ist kein Klopapier, aber in Küchenrolle. Kann man zur Not ja umfunktionieren. Und dann lächelte sie mich an und sagte, weil Sie so nett waren und nicht geschimpft haben, gebe ich die Ihnen, gehen Sie mal da vorne zur Kasse, bezahlen Sie die. Freundlichkeit hilft weiter, nicht der Sturkopf. Versucht einmal mit Respekt voreinander umzugehen, denn auch das ist etwas, was ich in diesen Tagen beobachte. Im Straßenverkehr ist man zumindest hier in Wuppertal weitestgehend rücksichtsvoller. Die Leute haben plötzlich Zeit. Keiner hetzt mehr miteinander. Mitten in dieser Krise gibt es Good News. Wir lernen wieder, den Respekt voreinander. Den einen oder die andere mal vorzulassen. Nicht auf das eigene Recht zu bestehen. Ein Apotheker hier am Ort erzählte mir dann heute auch davon, dass manche das offenkundig noch nicht gelernt haben. Er sagte, meist gehören die der jüngeren Generation an. Ich kann das jetzt nicht verifizieren, weil ich auch viele jüngere Menschen schon gesehen habe, die das auch können. Aber in der Tat, es könnte natürlich sein, dass man in den jüngeren Generationen diesen alten Respekt vor den Älteren, den man in vielen Gesellschaften ja noch kennt, weil die weisen Alten ihr Leben gelebt haben und das ihre für den Erhalt dieser Welt getan haben, dass man den Respekt zollt, hier in unserem Land nicht immer so ausgeprägt ist. Es gibt genügend Gegenbeispiele. Weiß ich, braucht man nicht darauf entsprechend hingehen. Aber vielleicht ist diese Krise dann tatsächlich auch ein Anlass, dass wir das wieder neu lernen. Und deshalb sage ich einmal, das ist auch etwas, was mir heute im Stadtbild immer mehr auffällt. Ich sehe hier in Wuppertal immer mehr dieser selbstgeschriebenen und selbstgezeichneten Plakate. Gestern hatte ich euch ja schon eins gezeigt. Da stand dann drauf, Fuck Corona, Save Oma. Heute ist mir das hier untergekommen. Dieses Transparent findet man am Robert-Daum-Platz in Wuppertal-Elberfeld. Danke, Alltagshelfer steht da drauf. Diesen Dank möchte ich mich hier ausdrücklich anschließen. Und es ist gut, wenn solche Plakate in der Öffentlichkeit überall auftauchen. Es sind die Männer und Frauen, die im Alltag das ihre tun. Manche Statistik sagt, es wären viel mehr Frauen als Männer. Da bin ich persönlich skeptisch. Denn wenn man Polizei, Feuerwehr, die ganzen Lkw-Fahrer, Krankenschwestern, Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, Drogerieverkäuferinnen, Supermarkthelferinnen, Kassiererinnen, all die zusammennimmt, die jetzt das ihre dazu tun, die Apotheker und wie sie alle heißen. Ja, auch die Läden, die einen Hohl- und Bringservice haben und auf diese Weise versuchen, den Alltag einigermaßen aufrecht zu erhalten, dann glaube ich, dass da sehr viele Frauen und Männer am Werk sind, die das ihre tun, dass wir mit Respekt und Gelassenheit durch diese Krise kommen. All ihnen gehört mein, all ihnen gehört unser Dank und ich bin gewiss, dass wir da auf einem guten Weg sind, weiterzugehen. Also, Hamsterkäufe sind bei weitem nicht nötig. Was wir aber beobachten können, ist, dass auch in der Kirche mittlerweile einige fiffige Ideen hervorkommen. So las ich heute die Meldung, dass viele Ordensgemeinschaften mittlerweile Mundschütze nähen, um auf diese Weise das ihre dazu tun, diese Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Das finde ich eine ganz wichtige, geniale Idee. Wir haben hier auch in diesem Podcast und in diesem Videojournal schon mehrfach auf den digitalen Aufbruch aufmerksam gemacht, der jetzt auch in der Kirche Raum greift, aus der Not geboren. Es schwimmt plötzlich Messen, die vor leeren Bänken gefeiert werden, in die Wohnzimmer, in die Häuser hinein. Es gibt so eine sehr starke Fokussierung auch auf liturgietheologische Diskussionen. Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki hat aber in einem bemerkenswerten Schreiben, das ich in einer der letzten Sendungen ja verlinkt hatte, darauf aufmerksam gemacht, dass die Liturgie aber nur einer der drei Grundvollzüge der Kirche ist. Zu denen gehören ja neben der Liturgie die Martyria, die Verkündigung, die Diakonia, die tätige Nächstenliebe und all das zusammen schafft die Koinonia, die Gemeinschaft, die uns aufrecht erhält. Und da darf man eben bei all den Werten, den die Liturgie innerhalb der katholischen Kirche hat, die beiden anderen Grundvollzüge nicht vergessen. Und wenn jetzt hier Ordensgemeinschaften hingehen und Mundschütze für Krankenhäuser nähen, weil da der Nachschub zur Zeit schwierig ist, weil es auch da zu Hamsterkäufen gekommen ist und das ist da wesentlich fataler als ein bisschen Klopapier, was fehlt, dann ist das tätige Nächstenliebe. Hervorragende Idee, wenn wir als Christinnen und Christen in diese Welt gesandt sind, dann müssen wir mit anpacken und zwar nicht nur mit fromm gefaltet gebeteten Händen, wie auch immer ein solches Gebet wirken mag. Wir müssen die Hände auch auseinanderbekommen und mit den tätigen Händen hier in dieser Welt mitwirken. Oder um es mit einem Wort Jesu zu sagen, nicht jeder, der den Herr herruft, kommt ins Himmelreich, sondern den Willen des Vaters tut. Oder wie es im Jakobusbrief heißt, ein Glaube ohne Werke ist tot. Und wenn da Ordensschwestern jetzt hingehen und Mundschütze nähen, dann tun sie das ihre für den Erhalt dieser Gesellschaft. Etwas, das jetzt wirklich notwendig ist und Not tut. Aber hier nochmal der Hinweis. Es geht nicht darum, dass der Mundschutz mich schützt. Die Coronaviren sind so klein. Die tanzen da locker durch. Nein, ein Mundschutz ist wichtig, damit ich andere schütze, damit meine Sprühnebel, die ich beim Sprechen oder beim Niesen oder beim Husten produziere, nicht andere infizieren können. Deshalb schützen die nicht mich, sondern sie schützen andere. Wenn ich also erkältet bin, dann sollte ich einen Mundschutz aufziehen, um andere zu schützen. Wenn ich in pflegerischen oder medizinischen Berufen tätig bin, dann brauche ich diesen Mundschutz, um Patienten nicht zu infizieren. Es macht überhaupt keinen Sinn, hier jetzt in der Stadt herumzulaufen, wenn man eigentlich recht gesund ist, um einen Mundschutz aufzuziehen. Dich schützt er nicht. Du könntest andere schützen. Du schützt aber andere nicht, wenn du nur für dich einen Mundschutz anziehst. Also denkt bitte nach, macht euch schlau und kundig. Und wenn dir jetzt Ordensschwestern mithelfen, wenigstens notdürftig, diese Schutzfunktion für andere herzustellen, dann ist das eine ganz hervorragende Variante. Vielen Dank dafür. Gegenwärtig haben wir aber auch ansonsten einen immensen Lerneffekt für die Kirche. Die Entdeckung des digitalen Neulandes. Diese Folge ist ja überschrieben. Alte Hamster in neuem Land. Neben der Hamsterei in den Läden, merkt man ja in der Kirche, manche sprechen schon von einem digitalen Aufbruch. Ich persönlich bin da noch verhalten, vorsichtig. Dazu ist das alles noch zu frisch. Es ist aus der Spontanität geboren, dass man direkt etwas macht. Ob die Spontanität nicht zuletzt sich vielleicht auch als Hilflosigkeit entpuppt, das beobachten wir gerade. Ich habe hier schon einige Male erwähnt, dass ich ja der Leiter des Arbeitsfeldes 3, Kommunikation, Dialog und Öffentlichkeit, in der aktuellen Etappe des pastoralen Zukunftsweges bin. Wir haben gerade heute Morgen mit meinem Arbeitsfeld eine Webkonferenz abgehalten. Und für uns im Arbeitsfeld ist das jetzt gerade auch, das ist kein Experimentierfeld, aber das ist natürlich jetzt eine Situation, die wir konzeptionell schon vorausgedacht haben, auch welche Rolle die Digitalität in der Kirche spielen kann und spielen sollte. Und jetzt kommt das plötzlich durch das Leben zu uns und wir beobachten diese Situation sehr aufmerksam, werden sie auch analysieren. Und was sich davon bewährt oder nicht bewährt, was sich vielleicht auch als Unsinn und Quatsch herausstellt, das wird man natürlich in einigen Wochen erst sehen. Um das einem Beispiel deutlich zu machen, viele streamen jetzt ihre Gottesdienste und hier ein evangelischer Pfarrer aus Wuppertal schrieb schon begeistert bei Facebook, da haben mehr zugeguckt, als sonntags in die Kirche kämen. Da sage ich, liebe Leute, Vorsicht. Was ihr da seht an den Zahlen, sind die Klickraten. Ihr seht, dass da jemand auf so ein Video geklickt hat. Und natürlich klicken wir alle im Moment durch und gucken, wie macht der das, wie macht der das. Alleine von mir wird es 10, 15 Klicks geben, weil ich auf 10, 15 verschiedene Streams geguckt habe, wie macht der das, wie macht der das. Natürlich kann man aber auch da schon sehen, ich werde bei keinem Stream von Anfang bis Ende dabei gewesen sein, wie ich es in einer physischen Präsenz, in einer Eucharistiefeier tun würde. Da gehe ich ja nicht mehr 5 Minuten da rein und gehe dann in die nächste Kirche. Das heißt, die reine Klickzahl, die reine Reichweite sagt noch nichts aus. Man müsste mal daneben die Zahl liegen und die ist aber nicht immer so ohne weiteres greifbar. Wie lange war denn die durchschnittliche Dauer der Gegenwart, der Anwesenheit der Userinnen und User bei einem solchen Stream? Und dann wird man merken, dass auch da die Durchschnittsrate prozentual viel niedriger ist. Ist ja ähnlich bei diesem Stream hier, wenn ich das sehe. Die Klickzahlen sind sehr ordentlich. Durchschnittlich bleiben sie aber etwa 30% bei diesem Stream dabei oder gucken hier und da mal rein oder klicken weg. Kann ich also dann sagen, so und so viele Leute haben diesen Stream geguckt? Ja und nein. Ja, insofern, dass ich sage, natürlich gibt es diese Klickzahl, aber ich kann nicht sagen, haben sie nur 10 Minuten reingeguckt, haben dann weggeschaltet oder haben sie möglicherweise 30, 40 Minuten oder es möglicherweise ganz bis zum Ende geguckt. Das ist sehr, sehr relativ im Internet, sagt also nichts aus. Da muss man die Euphorie also ein wenig bremsen, bis hin zu den Fragen, ob diese Situation, dass wir jetzt einfach Eucharistie feiern, einfach so ins Netz stellen und das, was wir bisher einfach analog gemacht haben, jetzt plötzlich digital versuchen umzusetzen, das ist klassisch alter Wein in neue Schläuche füllen. Das macht die Sache in sich nicht besser und wir bleiben letzten Endes in dem kleinen Kreis, in dem wir da waren. Wenn Kirche digital funktionieren soll, muss man noch einen entscheidenden Schritt weitergehen. Und da hat es heute auf der Plattform katholisch.de einen merkenswerten Standpunkt von Tilman Kleinjung gegeben, der die fehlende Infrastruktur der Kirche, auch die fehlende digitale Infrastruktur der Kirche bemängelt. Das kann man teilweise sehen, wenn man sich den einen oder anderen Stream anguckt. Da hat man halt eine Handykamera hingestellt, in einer halligen Kirche wird jetzt etwas übertragen. Man kann den Ton kaum verstehen, weil es keine vernünftige Tontechnik gibt, weil es schlecht ausgeleuchtet ist. Andere produzieren das viel, viel besser. Meine Frage ist dann, jenseits des Wertes, den natürlich die Idee hat, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihrer eigenen Kirche zugegen sein können, ob da nicht tatsächlich die professionellere Variante, wie sie etwa die Fernsehgottesdienste oder Radiogottesdienste haben, die Menschen erreichen. Das darf man nicht gegeneinander ausspielen, das ist mir schon klar. Auf der anderen Seite, wenn wir mal die durchschnittliche Altersstruktur von Gottesdienstbesuchern angucken und uns ehrlich machen an der Stelle und dann feststellen, dass viele der Älteren, die doch unser liturgisches Leben in den Gemeinden noch aufrechterhalten, möglicherweise gar nicht mit entsprechenden digitalen Ressourcen versorgt sind, sodass sie da entsprechend zugucken könnten, dann relativiert sich auch da die Geschichte. Aus Solingen wurde mir heute aus einer Gemeinde berichtet, dass da einiges Geld plötzlich investiert worden ist, um ein Gottesdienst zu streamen. Es hat ganze 70 Abrufe gegeben. Das sind 70, aber wenn man das jetzt mal wieder in die Relation setzt, wie lange haben diese 70 zugeguckt, dann relativiert sich diese ganze Geschichte doch genauso erstaunlich, wie, dass man hier und da jetzt Priester durch menschenleere Städte mit dem Allerheiligsten wandeln sieht, die da offenkundig eine Initiative nachmachen, die es aus Süditalien gibt, wo ein Pfarrer seine Gemeinde besucht hat. Wenn man sich dieses Video im Internet aber anschaut, dann kann man sehen, dass dieser Pfarrer in Italien offenkundig auf eine entsprechende Frömmigkeit trifft. Die Leute an den Fenstern warten, an den Türen warten und sich da entsprechend vor dem Allerheiligsten verneigen. Das fehlt hier in den deutschen Bildern total, weil diese Frömmigkeit hier keine Praxis mehr hat. Was bitte soll das bringen, wenn da drei Priester in vollem Ornat durch Grevenbruch laufen mit dem Allerheiligsten? Die fromme Seele sagt, die bringen Jesus zu den Menschen. Würdet ihr aber auch tun, wenn ihr euch berührbar machen würdet, denn Christus hat keine Hände außer unseren. Oder wenn ich in Zeiskorn einen etwas konservativen Priester sehe, der mit dem Allerheiligsten vor einer wunderschönen Landschaft steht und das Land segnet, auf das der Coronavirus verschwinden möge, da stellt sich mir, bitte verzeihen Sie es, ich bin Theologe, ich weiß um den Wert des Segens. Aber wie weit reicht der Segen denn jetzt? Nur bis zum Horizont oder über das ganze Land? Wenn dieser eine Priester das ganze Land segnet, muss dann irgendwo anders der Nächste auch noch segnen. Also ich glaube, da müssen wir uns doch entsprechend ehrlich machen, um nicht einem falsch magischen Verständnis anheim zu fallen. Wir brauchen das Gebet, wir brauchen die Liturgie. Gar keine Frage. Aber vielleicht lernen wir in diesen Tagen auch, dass Liturgie mehr ist als nur die sonntägliche Eucharistiefeier. Und vielleicht wäre diese Krise, die wir gerade durchleben, und ja die Aufhebung der Sonntagspflicht, die von Bischöfen verkündet würde, ja sogar die Not, dass wir uns eben sonntäglich nicht in den Kirchen zur Eucharistie versammeln können, eine Aufgabe gewesen, die wir internetkompatibler mit den mehr oder weniger gelungenen Möglichkeiten, die wir haben, anders hätten umsetzen können oder umsetzen müssen. Da ist ein echter Lernprozess notwendig. Und da möchte ich auch auf einen Artikel aufmerksam machen, der mir heute untergekommen ist. Der Münsteraner Moraltheologe Daniel Bogner hat ebenfalls auf katholisch.de einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel, diese Krise wird auch die Kirche verändern. Den werde ich ebenso wie den Standpunkt von Tillmann Kleinjung in den Shownotes gleich verlinken, nach der Sendung hier. Der dort die eine oder andere Idee entwickelt, lest euch den, lest sie sich mal diesen Artikel durch. Meine Idee wäre gewesen, ob wir nicht etwas, was das Zweite Vatikanische Konzil ja vorgezeichnet hat, dass er die Verkündigung des Wortes Gottes in der Eucharistie wesentlich stärker betont, als es vor dem Konzil der Fall war, ja, die von Papst Benedikt in der Folge des Zweiten Vatikanischen Konzils, Benedikt XVI., der ja von der Sakramentalität des Wortes sprach, die in einer gewissen Analogie zum Sakrament des Leibes Christi steht, ob wir die nicht viel stärker hätten in den Vordergrund rücken müssen oder rücken könnten, indem man jetzt die Wortliturgie sonntags streamt, aus der heimischen Kirche. Ich glaube, dass da viel mehr möglich wäre, als jetzt einfach das Althergebrachte so eins zu eins zu übertragen und dadurch letzten Endes auch Fragen aufzuwerfen, wie ist denn das jetzt? Ein Priester, der da sicherlich nicht ohne Volk feiert, weil das Volk ja vor den Computern sitzend gedacht wird, vor den Bildschirmen sitzend gedacht wird, es ist in dem Sinne keine Messe ohne Volk und es ist doch eine Messe ohne Volk, weil die tätige Teilnahme jetzt erstmal neu definiert werden muss. Reicht die tätige Teilnahme, wenn ich still am Computer sage, der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste oder brauche ich nicht doch das physische Gemeinschaftserleben? Da sind die Meinungen sehr auseinander. Was ich aber glaube ist, dass wir hier vielleicht sogar eine neue Form der Liturgie hätten entwickeln können oder werden noch entwickeln müssen. Es ist ein riesiges Feld, das wir auch seitens des Arbeitsfeldes 3 beobachten. Analyse und Reflexion sind notwendig. Es ist ein großes Experimentierfeld und da gibt es schon einige Ansätze, die da auffallen, weil man auch da sagen muss, das Internet gibt viel mehr Möglichkeiten als die Präsentierung von Liturgien. Da kann man weiterentwickeln, aber wir müssen eben auch daran denken, wie kann man die erreichen, die nicht über die entsprechenden digitalen Ressourcen verfügen, die jetzt aber, weil sie vielleicht auch der älteren Generation angehören, jetzt nicht mehr so ohne weiteres aus dem Haus können. Wie können wir die noch erreichen? Wir haben, wie gesagt, heute Morgen bei mir im Arbeitsfeld über diese Sache schon beraten. Wie kann solche Seelsorge funktionieren? Werde ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Was uns dabei aufgefallen ist, ist erstmal eine Initiative der Landesregierung Nordrhein-Westfalen. Die ist offenkundig hingegangen und hat, Landeshauptstadt ist ja bei uns Düsseldorf hier in Nordrhein-Westfalen, in Düsseldorf die Seelsorgerinnen und Seelsorger kontaktiert und sie angesprochen, ob sie nicht mithelfen wollen bei der Corona-Hotline, um dort auch mit Rat und Tat vor allen Dingen zum seelsorglichen Gespräch bereitzustellen. Ganz bemerkenswerte Ressource, dass eine Landesregierung das im Blick hat, dass wir als Kirchen, evangelisch und katholisch, da eine Ressource bereithalten, weil wir diese Erfahrung haben und dass man uns da einlädt, bei einer solchen Corona-Hotline mitzumachen, eine ganz hervorragende Idee, die weit über die digitale Präsentierung hinausgeht und mit der wir letzten Endes ja auch arbeiten könnten. Wie wäre es denn, wenn wir von uns aus in den Gemeinden aktiv diejenigen, gerade die Älteren, die treuen Kirchgängerinnen und Kirchgänger, die treuen Beterinnen und Beter, die jetzt eben nicht kommen können, einfach mal kontaktieren würden, die sonst vielleicht zu alten Cafés, Seniorentreffs oder sonst was kamen, dass man die jetzt proaktiv kontaktiert und anruft. Ich höre, dass das hier und da schon geschieht, aber es könnte noch viel häufiger geschehen, auf das wir auf diese Weise die soziale Nähe auch in den Gemeinden aufrechterhalten. Wie wäre es denn, wenn wir Briefe schreiben, die man durch Messdienerinnen und Messdiener in die Briefkästen werfen lässt? Vielleicht täglich einen kurzen Hinweis, wir sind da, wenn etwas ist, braucht man einen kurzen Gruß, den wir auf diese Weise in die Häuser tragen könnten, um gerade mit den Älteren Kontakt aufrechtzuerhalten. Solche Dinge zu sammeln, die weit über das Streaming-Angebot herausreichen, so interessant dieses Feld ist, das scheint mir das Gebot der Stunde zu sein, da sind wir in der analogen Welt. Die darf man doch nicht vergessen. Wir dürfen doch nicht einfach sagen, jetzt muss alles digital passieren und das Erzbistum Freiburg hat da eine schöne Plattform aufgesetzt, Seelsorge trotz Corona, den Link packe ich auch in die Shownotes, wo solche Initiativen auch als Best Practice gesammelt werden, von denen man lernen oder sich inspirieren lassen kann. Und wir gehen im Arbeitsfeld 3 in der aktuellen Etappe des pastoralen Zukunftsweges, uns geht es, ich erwähnte es schon, um Kommunikation, Dialog und Öffentlichkeit, auch darum, diese Dinge zu sammeln, zu veröffentlichen und da bitte ich Sie und Euch, wenn Ihr diesen Stream, das Video oder den Audio-Podcast anschaut, gebt uns doch mal Eure Ideen als Rückmeldung, wie können wir gerade die in diesen Zeiten der physischen Distanz erreichen, die vielleicht Ihre Häuser nicht verlassen können, die aber nicht über die digitalen Ressourcen verfügen, welche Ideen habt Ihr, welche Ideen haben Sie, wie man diese Menschen erreichen könnte. Gebt uns da mal Euer Feedback oder Eure Idee, wir sammeln die, wir werden die in geeigneter Weise auch veröffentlichen, schreibt uns doch eine E-Mail an kommunikation-af3-erzbistum-köln.de kommunikation-af3-erzbistum-köln.de Ich bin gespannt auf Eure Rückmeldungen. Wir würden uns im Arbeitsfeld 3 wirklich sehr darüber freuen, wenn es da die eine oder andere Idee käme, wie man in Zeiten dieser physischen Distanz gerade die Kontakte sozialer Nähe aufrechterhalten kann, die nicht über digitale Ressourcen verfügen. Das ist die viel, viel größere Herausforderung, als jetzt einfach eine Kamera, ein Handy oder was weiß ich was da hinzustellen und jetzt die eine oder andere Veranstaltung zu streamen, als jetzt Webkonferenzen zu halten. All das ist wunderbar, dass das entdeckt wird, das will ich gar nicht kleinreden, aber es gibt eine Herausforderung neben der digitalen Herausforderung. Dann gibt es noch ein Thema, das ich kurz anschneiden möchte und zwar geistert durch die Presse und teilweise auch im kirchlichen Sektor der Name Matthias Horx, ein Zukunftsforscher. Was auch immer ein Zukunftsforscher ist, meines Wissens gibt es keine Fachrichtung, die Zukunft erforscht, weil die Zukunft schlechterdings nicht erforschbar ist. Wir haben ja auch in Wuppertal solche selbsternannten Zukunftsforscher, der Jörg Heinkes, der Alte vom Arrenberg, wie ich ihn nenne. Und ich frage mich jedes Mal, was ist denn, was sind das für Leute? Haben die da eine Glaskugel? Sind das Hellseher? Ist das Kaffeesatzleserei? Oder nicht doch einfach Scharlatanerie? Jörg Heinkes etwa hat schon hier in Wuppertal vor zehn Jahren gesagt, in fünf Jahren haben wir alles elektronisch selbstfahrende Autos. Wir haben jetzt das Jahr 2020 und der sagt, immer noch in fünf Jahren wird es das geben. Gut, irgendwann wird er recht haben. Vielleicht, ich persönlich glaube, in diesen Zeiten eher weniger, weil wir jetzt in diesen Zeiten gerade wieder den Wert des Individualverkehrs entdecken und der öffentliche Nahverkehr eher zum Erliegen kommt, weil das Infektionsrisiko da zu hoch ist. Also auch da wird sich die Welt verändern. Matthias Horx jedenfalls spricht in einem Artikel in der Zeitschrift Welt davon, dass die Zeit nach Corona wie nach einem dritten Weltkrieg sein würde. Und da sage ich wirklich, lieber Matthias Horx, geht's eine Spur kleiner. Unsere Häuser stehen. Wir brauchen, werden keine Trümmerfrauen haben, die hier Steine klopfen, um etwas aufzubauen. Die Straßen funktionieren. Die Stromnetze sind intakt. Das Wasser kommt nach wie vor ins Haus. Die Gaslieferungen funktionieren. Nein, es wird nicht wie nach einem dritten Weltkrieg sein. Das ist vollkommener Blödsinn. Es mag sein, dass unsere Gesellschaft und die Welt danach eine andere sein wird. Nach all dem, was ich in diesen Tagen erfahre, bin ich persönlich aber eigentlich eher hoffnungsfroh, dass vielleicht der Respekt das Miteinander vorsichtiger, gelassener sein wird. Dass wir nicht mehr wie so ein Hamster im Hamsterrad hinterherlaufen und laufen und laufen, dass wir den Wert des Lebens viel mehr zu schätzen wissen, was Leben in Fülle bedeutet, was sich nicht nur auf Karrierestreben beziehen lässt. Dass das Leben in sich einen Wert hat, dass man arbeitet, um zu leben und nicht lebt, um zu arbeiten. Das ist meine Hoffnung. Ich bin kein Prognostiker und kein Zukunftsforscher. Das ist die Hoffnung, die ich habe. Ich weiß auch, dass wir noch sehr am Anfang dieser Krise stehen und dass da noch in der Krise es krisenhafte Phasen geben wird, wo die Stimmung sinken wird. Das ist mir alles klar. Aber was ich in den letzten Tagen erlebt habe, macht mir große Hoffnung. Wie also soll man sich das vorstellen, wenn Herr Hawks da von einer Regnose spricht und wenn jetzt auch viele Pastoraltheologen oder in pastoraltheologischen Diskussionen dieser Begriff der Regnose, das Gegenteil von Prognose, fröhlich Urständ feiert. Was versteht Herr Hawks unter Regnose? Er sagt sich, er sitzt sich jetzt quasi metaphysisch in den September 2020 in ein Café und blickt zurück auf diese Zeit, was da gewesen ist. Gut, diese Regnose führe ich jetzt mal ganz einfach, um die Scharlatanerie solcher Zukunftsprognosen hervorzuheben. Wenn ich mich heute, heute, am 26. März 2020 in mein Homeoffice setze und ich mal zurückversetze, wie es vor, sagen wir mal, drei Wochen war, um den Zeitraum nicht zu groß werden zu lassen, dann würde ich sagen, vor drei Wochen hätte ich nicht gedacht, dass ich diesen Stream mache. Vor drei Wochen hat keiner in unserem Land gedacht, dass wir zu Hause sitzen. Vor drei Wochen hat keiner darüber nachgedacht, dass es Aufgangs, nicht Sperren, Beschränkungen geben wird und so weiter. Das heißt, der Zeitraum, in dem wir Menschen denken können und den wir mehr oder weniger aktiv überblicken können, ist doch nicht mehr als fünf Tage. Wenn überhaupt. Und das muss man in diesen ganzen Diskussionen sagen, wenn jetzt hier Prognosen über das Ende des Jahres 2020 gemacht werden, was da alles passieren kann. Leute, lebt hier und heute. Jeder Tag hat seine eigene Sorge. Lasst diesen Quatsch mit Regnosen und jetzt schon Dinge zu planen und wie das geht. Wir müssen hier und heute uns mit diesem Coronavirus, SARS-CoV-2, auseinandersetzen und den entsprechend einfangen. Wir müssen ein bisschen nach vorne denken. Wir können für morgen das eine oder andere machen, aber jetzt schon die großen regnostischen Prognosen da zu entwickeln. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich habe, was Matthias Horks angeht, wenn ich das richtig erinnere, von Martin Stuflesser, Liturgiewissenschaftler in Würzburg, auch eine Regnose gegeben, die aber offenkundig eher ironisch gemeint war, der eben im September 2020 in einem Café sitzt und dort laut grölende Fußballhorden sieht, die jetzt ein halbes Jahr auf Fußball verzichten mussten und bei denen jetzt quasi alles herausplatzt, der sagt, also so eine Regnose kann auch wieder ganz anders aussehen. Lauft nicht irgendwelchen selbsternannten Zukunftsforschern hinterher, gerade bei Matthias Horks muss man, glaube ich, sowieso zweimal hinschauen, weil der sich publizistisch auch in eher rechtsorientierten Kreisen mal bewegt hat, hat Vergangenheit. Also lauft nicht einfach jedem Quatsch hinterher, sondern Sappere Aude. Der Herr hat euch hier oben etwas geschenkt, den Verstand, benutzt es auch, das Göttliche und das Menschliche muss zusammenkommen. Die göttliche Gabe, unser Verstand, muss von uns Menschen auch genutzt werden. Unser tägliches Brot gibt uns heute und wenn er schon Hirn vom Himmel geschmissen hat, sollen wir auch damit entsprechend umgehen. Also, stattdessen neues Lernen von Rücksichtnahme, der Straßenverkehr, den ich heute erlebt habe, macht mir da echt eher Mut. Ich weiß auch, dass die manche Krise uns in der Krise noch ereilen wird, wenn man so die Phasen etwa bei Trauerprozessen sieht, dann ist so die Abenteuerphase, wird erst jetzt langsam so an ihr Ende kommen und man wird so in ein leichtes Tief, vielleicht auch nicht wahrhaben wollen, kommen. Aber danach gibt es eine Konsolidierung und dann ist der Zeitpunkt, der ist interessant, auch für uns als Christinnen und Christen in der Kirche zu gucken, wenn es sich konsolidiert, was können wir dann mit der Digitalität, mit dem, was wir da gelernt haben, was können wir dann auch mit den Dingen, die für die analoge Welt wichtig sind, wenn physische Distanz trotzdem das Aufrechterhalten von sozialer Nähe bedeutet machen. Wir im Arbeitsfeld 3 schauen darauf und wir würden uns, wie gesagt, sehr freuen, wenn ihr, wenn sie uns da ihre Ideen zu schickt unter kommunikation unterstrich af3 at erzbistum bindestrich köln.de da sind wir dann auch angelangt bei der Andacht für den heutigen Tag, die ich mit Ihnen und euch lesen wollte. Jetzt ist mir hier nur der Text abhanden gekommen, ich hatte den extra ausgedruckt, dann muss ich mir ihn eben am Internet aufrufen, da könnt ihr und könnt Sie daran sehen, dass das live ist, was wir hier versenden. Wir haben heute einen besonderen Gedenktag, der allerdings nicht geboten ist, wir haben den Gedenktag des heiligen Ludger, der liegt mir als gebürtigem Essener besonders am Herzen, weil er in der Abteikirche in Essen werden bestattet ist. Ich habe also eine besondere Affinität zu dem heiligen Ludger und auch deshalb, weil hier etwa zwei Kilometer von hier in Wuppertal eine St. Ludger Kirche ist, die wir seitens der katholischen Citykirche Wuppertal zusammen mit den Verantwortlichen der Gemeinde zur Fahrradkirche umgebaut haben. Wir haben hier in Wuppertal die Nordbahntrasse, die vom östlichen Ende der Stadt hier ins westliche Ende und umgekehrt führt und am westlichen Ende der Nordbahntrasse findet man die Fahrradkirche St. Ludger mit der Madonna del Gisallo, der Schutzpatronin der Radfahrer. Wenn es euch mal nach Wuppertal verschlägt, geht mal dahin nach St. Ludger am Ludgerweg im Westen Wuppertals, kommt zur Madonna del Gisallo, ein sehr schöner kleiner Wallfahrtsort, der da entstanden ist. Vielen Dank an die Verantwortlichen der Gemeinde, dass wir das entsprechend verwirklichen können. Wir haben heute außerhalb dieses Gedenktages eben auch den Donnerstag in der vierten Woche der Fastenzeit und da haben wir einen Lesungstext aus dem Buch Exodus. 32. Kapitel Vers 7 bis 14. Lesung aus dem Buch Exodus In jenen Tagen sprach der Herr zu Mose Geh, steig hinunter, denn dein Volk, das du aus Ägypten heraufgeführt hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie von dem Weg abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben habe. Sie haben sich ein Kalb aus Metall gegossen und werfen sich vor ihm zu Boden. Sie bringen ihm Schlachtopfer da und sagen, das sind deine Götter Israel, die dich aus Ägypten heraufgeführt haben. Weiter sprach der Herr zu Mose, ich habe dieses Volk durchschaut, ein störrisches Volk ist es. Jetzt lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und sie verzerrt. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Da versuchte Mose den Herrn seinen Gott zu besänftigen und sagte, warum Herr ist dein Zorn gegen dein Volk entbrannt. Du hast es doch mit großer Macht und starker Hand aus Ägypten herausgeführt. Sollen etwa die Ägypter sagen können, in böser Absicht hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und sie vom Erdboden verschwinden zu lassen? Lass ab von deinem glühenden Zorn und lass dich das Böse reuen, das du deinem Volk antun wolltest. Denk an deine Knechte, an Abraham, Isaac und Israel, denen du mit einem Eid bei deinem eigenen Namen zugesichert und gesagt hast, ich will eure Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne am Himmel und dieses ganze Land, von dem ich gesprochen habe, will ich euren Nachkommen Treuen, dass er seinem Volk angedroht hatte. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Das ist wieder so ein Text aus der ersten Lesung des heutigen Tages, von dem der eine oder die andere sagen mag, so typisch altes Testament, der Rache Gott, der Böse ist. So einfach ist im Alten Testament nicht. Der Gott, von dem hier erzählt wird, trägt sehr menschliche Züge, denn er lässt mit sich handeln, mit sich reden, er entbrennt im Zorn, lässt sich aber besänftigen. Gut, da stecken vielleicht archaische Züge drin, ob Gott wirklich so ist, dass man einfach mit ihm handeln kann, das ist eine andere Frage, aber es ist ein Gott, dem das Menschliche nicht fremd ist, der sich dem Menschen zuwendet und Bemerkenswert fand ich aber den Satz in Vers 8, schnell sind sie von dem Weg abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben habe. Es heißt, der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Wenn wir Menschen nur unser eigenes Ding machen wollen, die Israeliten haben das ja genau getan, weil dieser Gott ihnen nicht so zu pass war, wie sie es wollten, er hat sie zwar durchs Rote Meer geführt, aber dann mussten sie in die Wüste mussten Hunger leiden, an den Fleischstöpfen Ägyptens war es dann doch vielleicht bequemer und dann fangen sie an zu murren und sie machen sich ihren eigenen Gott. Es ist nicht mehr den Gott, den sie eigentlich feiern, sondern der selbstgemachte Gott. Das ist ein bisschen wie bei dieser sechsten Vaterunserbitte, die dann schnell mal gerne umformuliert wird, weil es einem besser passt. Dann ist es ihr Gebet, aber nicht mehr das Gebet Jesu. Man muss sich dann schon vielleicht mit den Dingen anders auseinandersetzen. Gott hat einen Weg für die Menschen, den die Menschen dann beschreiten müssen. Die menschliche Freiheit erlaubt es, dass man einen anderen Weg beschreitet. Aber es ist dann eben nicht mehr der Weg Gottes. Es ist genau das, was uns in dieser Folge beschäftigt hat, dass wir eine göttliche Gabe haben, mit der wir Menschen entsprechend umgehen müssen. Brot entsteht durch die göttliche Gabe, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Dann haben wir Brot zum Leben. Der Mensch alleine vermag nichts, Gott wirft das Brot aber auch nicht vom Himmel. So müssen wir auch in dieser Situation entsprechend umgehen und die göttliche Gabe den Verstand auch benutzen, um in dieser Krise diesem Virus Herr zu werden. Dass wir überhaupt wissen, dass es ein solcher Virus ist, dass wir nicht mehr ausgeliefert sind und an Dämonen, Geist oder sonst etwas glauben, zeigt doch, dass wir Menschen in der Lage sind, den Verstand auch zu benutzen. Es zeigt, dass es jetzt Wissenschaft braucht in der Natur und in der Geisteswissenschaft in der Physik und in der Metaphysik, wie wir es gestern ja auch entsprechend hier gehört und besprochen haben. So möchte ich diese Folge beschließen mit einem Abendlied, das leider keinen Eingang in das Neugotteslob gefunden hat, das man aber noch im Alten Gotteslob finden kann, bevor die Sonne sinkt. Bevor die Sonne sinkt, will ich den Tag bedenken, die Zeit, sie eilt dahin, wir halten nichts in Händen. Bevor die Sonne sinkt, will ich das Sorgen lassen, mein Gott, bei dir bin ich zu keiner Stund vergessen. Bevor die Sonne sinkt, will ich dir herzlich danken, die Zeit, die du mir lässt, will ich dir Lieder singen. Bevor die Sonne sinkt, will ich dich herzlich bitten, nimm du den Tag zurück in deine guten Hände. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bleiben Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben. Glück auf!